Hey, Tech! Hey! Du, ich hatte vor kurzem viel Zeit gehabt. Ja, erzähl mal. Ich lag eine Woche im Krankenhaus. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Im Krankenhaus hast du, wenn es dir nicht so ganz scheiße geht, dann irgendwann, hast du viel Zeit. Und ich hatte meine Switch dabei. Und... Hab gespielt. So. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, die wollte ich unbedingt in den Podcast bringen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass wir Spiele, eigentlich Videospiele, eigentlich gar nicht mehr wirklich zu schätzen wissen. Spiele sind irgendwie zu Fast Food vorkommen. Weil, was mir aufgefallen ist, ist, ich hab mir zum Start da ein Neuspiel gekauft. AEW Fight Forever. Wrestling Game. Mich mega drauf gefreut. Hab das dann auch gespielt. Und irgendwann kam dann wieder diese typische Schleife, in die ich immer verfall. Zehn Minuten spielen. Und auf der Switch geht das auch so schön schnell. Und direkt rüber switchen zum nächsten Spiel. Zehn Minuten das nächste Spiel. Und wieder rüber zum nächsten Spiel. Und man weiß die Spiele irgendwie gar nicht mehr zu schätzen. Das ist mir an der Stelle aufgefallen, als ich irgendwann bei Chained Echoes gelandet bin. Eins meiner Top-Spiele des letzten Jahres. Habe ich ordentlich gesuchtet und irgendwann einfach nicht mehr gespielt. Weil die Fülle an Spielen mich erschlagen hat. Und dann hatte ich das wieder gespielt und hab gedacht, mein Gott, warum hast du das überhaupt beiseite gepackt? Und hab das an dem Tag dann auch wirklich viel weiter gespielt. Und am nächsten Tag ging es aber dann direkt weiter. Und die Spiele-Spirale ging wieder von vorne los. Ich glaube, das ist ein Thema, oder? Das ist auf jeden Fall ein Thema. Wir haben das ja ab und an in verschiedenen ... Es ist ja etwas, was schon einige, ich sag mal, kleinere Slots in den Podcast mit eingenommen hat, bei verschiedenen Themen. Weil es ja in verschiedene Sparten reinhaut. Nehmen wir mal zum Beispiel den Pile of Shame, der dadurch ja wächst. Oder ich erinnere mich noch zurück, wir haben mal eine Zeit lang über ältere Spiele gesprochen gehabt. Wo wir dann Referenzen hatten zu neueren Spielen, die wir teilweise dann auch gar nicht fertig hatten. Und deswegen, ich finde es ein interessantes Thema, weil das in verschiedene Kerben schlägt. Unter anderem auch hat dieses, wie ich es immer so gerne nenne, dieses inflationäre Rauskotzen von Spielen, wenn man sich überlegt, was alleine bei Steam tagsüber so released wird. Ich sag mal, 95 Prozent davon kriegt man ja überhaupt nicht mit, weil es auch viel Kleinkram ist. Klar, das muss man sagen, durch dieses Early Access System und Greenlight, gut, Greenlight heißt es ja nicht mehr, kann ja jeder recht einfach Spiele veröffentlichen. Ich rechne die einfach mal mit rein. Aber selbst wenn man die weglassen. Wir haben einmal, glaube ich, geguckt gehabt, in den Spielen, die hier rabattiert werden. Deswegen passt das im Moment eigentlich auch ganz gut wieder da rein, in diesen Pool. Das hat jetzt wieder ein bisschen was mit Pile of Shame zu tun. Das ist Summer Sale jetzt gerade. Ich mache meine Wishlist auf und es ist ausnahmslos, ja gut, auch so zwei, drei Ausnahmen gibt es von diesen 320 Spielen, die ich da drin habe, die so hart rabattiert sind, dass ich mir selbst sagen muss, nee, ich darf nicht. Ich darf nicht, außer Dragon's Dogma. Das werde ich mir vielleicht kaufen für sieben Euro. Aber ich darf nicht. Eigentlich darf ich ja nicht. Und gerade, wenn man, wenn ich das jetzt, wo ich das gerade rede, fällt mir das gerade auf, ich habe 320 Spiele in der Wishlist drin. Das ist auch so ein absurdes, so eine absurde Zahl. Ich kann die aus der Hüfte vielleicht drei nennen, die ich jetzt, wo ich sage, ja, die hätte ich gerne. Der Rest ist, ja, ganz interessant, meine, die Liste mit rein. Und da wird das Ganze dann schon, wie du schon so schön sagst, ich vergleiche das jetzt mal mit, weil du gesagt hast, das hat so einen Fast-Food-Flair. Wenn wir beim Essen bleiben wollen, all you can eat. Du hast ein Riesen-Buffet vor dir, nimmst dir von allem was runter und dann hast du so einen richtig voll beladenen Teller und denkst, oh, das ist geil, das werde ich mir jetzt so auf einmal rein alles. Und dann pickst du da dran rum, holst dir so ein paar Sachen raus, ein paar Sachen bleiben daneben liegen und dann sitzt du da und hast den Teller nicht leer. Weil die Augen mal wieder größer waren als der Appetit. Und ich glaube, gerade wegen diesem Überangebot ist diese Wertschätzung gar nicht mehr so groß. Oder beziehungsweise auch die Sache von wegen, ja, wenn es mir nicht passt, wechsle ich halt. Spiele ich halt was anderes. Gehe ich halt aufs Nächste über oder aufs Nächste oder aufs Übernächste oder was auch immer. Ja, genau. Und ich finde, man merkt daran gut, wie so die Zeit auch ein bisschen im Wandel ist und in was für einer schnelllebigen Gesellschaft wir halt auch mittlerweile leben. Wenn wir halt das Ganze mal anschauen und das mal wieder, weil wir beide sind ja schon sehr, sehr alt. Wir sind schon ziemlich alt. Deshalb müssen einige von uns auch manchmal ins Krankenhaus, weil wir so alt sind. Nee, aber wenn man das jetzt mal wieder mit früher vergleicht. Klar, so, früher war man noch jung. Da hatte man als Kind vielleicht auch nicht das Geld und so weiter und so fort. Es gab noch vor allen Dingen nicht dieses Überangebot. Aber da hat man Spiele noch anders gewertschätzt. Und ich will damit nicht sagen, dass Spiele damals besser waren. Ja, das auf gar keinen Fall. Aber wenn man sich mal überlegt, wir hatten eben im Vorgespräch, so hatten wir als Beispiel Super Nintendo. Du hast ein Super Nintendo, hast damals Super Mario World dazu bekommen und hast das Ding einfach mal locker ein, zwei Jahre gespielt. Und auch, wenn man es durchgespielt hat, hat man trotzdem immer weiter gespielt und hat von vorne angefangen und hat noch irgendwelche Secrets gesucht und so weiter und so fort. Und das Ganze ohne, dass das Ding irgendwie ein Service Game war, was immer wieder mit neuen Inhalten befüttert wurde und ohne, dass es DLCs oder sowas bekommen hat. Und natürlich, man war damals noch ein Kind, die Voraussetzungen waren vielleicht andere. Trotzdem wusste man, Spiele mehr zu schätzen. Wenn ich jetzt ein paar Steps weitergehe, in meine frühen Zwanziger so, wenn ich mir überlege, wie lange wir da teilweise an Tony Hawk zum Beispiel gesessen haben. Tony Hawk-Teile kamen ja jetzt nicht im jährlichen Rhythmus raus, wie zum Beispiel in Call of Duty. Ich weiß aber ganz genau noch, das hatte ich ja auch schon mal erzählt, es gab ja in Tony Hawk diese Gaps. Also irgendwelche besonderen Sprünge, die aber, die dir nicht vom Spiel vorgegeben wurden. Du hattest eine Gap-List, da stand dann irgendwie drauf Leech vs. Leech. Und dann musstest du irgendwo in dem Level halt diesen Sprung finden. Und wir haben wirklich alle Gaps versucht zu finden. Und ich weiß noch, ich glaube, das war bevor der dritte Teil rauskam, dann war der schon angekündigt. Und dann war das so, wir hatten noch eine Woche, bis das neue Tony Hawk kam. Und uns fehlte noch ein Gap. Und wir haben wirklich mit fünf Mann dann vor diesem Spiel gesessen und haben dieses Gap gesucht. Und, ne, wie gesagt, das Ding hatte eine Lebenszeit bei uns von zwei, drei Jahren. Und das halt mit Anfang 20. Dasselbe mit Resident Evil. Da wurde dann auch ab einem bestimmten Teil, wurde versucht irgendwie, als es noch keine Trophäen und so gab. Aber es gab halt so Secrets frei zu spielen. Ich glaube, da war in irgendeinem Teil, du musstest das ganze Spiel mit einem Messer durchspielen und so was. Und das haben wir alles gemacht. Und wenn ich überlege, dass ich mich und ich glaube viele andere heutzutage schon teilweise durch Spiele durchquälen müssen, um sie zu einem Ende zu bringen, dann ist das absurd. Also wenn ich jetzt mal zurück überlege, das letzte überlange Spiel, das ich nicht im Kontext YouTube durchgespielt habe, das war, glaube ich, das letzte Singleplayer Final Fantasy gewesen. In das ich sehr, sehr viel Zeit gesetzt habe. Oder auch The Witcher. So, da habe ich über ein Jahr dran gespielt. Aber auch, weil ich es häppchenweise gespielt habe. Und ich finde, da hat sich diese Thematik Videospiele in den letzten Jahrzehnten halt krass geändert. Und das eben zum Teil aufgrund von Verfügbarkeiten und aber auch aufgrund von Sales. Ja, du hast es ja eben schon schön benannt. Du hast sehr lange dran gespielt, aber häppchenweise. Also war ja dann auch immer so, auch wenn, Witcher ist ein gutes Spiel. Das sage ich natürlich, will ich vorneweg schon mal sagen. Aber trotzdem ist es so, auch wenn ein Spiel gut ist, neigt man dazu, immer mal wieder so auszubrechen. Man verliert dann doch die Aufmerksamkeit und richtet sich dann kurzzeitig auf ein anderes Spiel. Oftmals dann, wenn es zu irgendeinem Release gekommen ist. Und dann hat man ja, man kann es ja heute viel, viel besser nachverfolgen. Es gibt ja diese schönen Spikes, die dann immer ein Spiel geht durch die Decke. Es wird dann kurzzeitig gespielt. Dann bricht es auch wieder ein. Das aktuelle Beispiel, um auch mal wieder Diablo zu nennen, ist ja jetzt auch gerade wieder der Fall. Es ist ein unheimlicher Spike gewesen. Und jetzt bricht das System wieder in sich zusammen. Gut, da muss man sagen, dass so Action-Rollenspiele, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen gehabt, die sind ja so designt. Du spielst, hast du fertig, wartest zwei Monate, bis die neue Season kommt. Und dann geht es wieder in den nächsten Spike. Alle hustlen in die Season rein und so weiter und so weiter. Dann nehmen wir aber auch mal so Sachen wie ein Elden Ring, was absolut durch die Decke gegangen ist. Und gerade bei Elden Ring habe ich zwei Sachen beobachtet. A ist es, dass die Leute teilweise sehr hungrig sind, die die Spiele kennen von früher noch, sage ich jetzt mal. Spiele, die designt sind, dich nicht 100% zu guiden, die vielleicht auch einen gewissen Schwierigkeitsgrad haben und die aber auch einen unheimlichen Wiederspielwert haben, weil du Sachen finden kannst. Und ich meine, du weißt das selbst, Elden Ring ist einfach ein Sandkasten an, ich kann exploren bis zum geht nicht mehr. Und dann wiederum ist die zweite Sparte Leute, die diese Spiele jetzt für sich entdeckt haben, weil der Rest der Spiele im Moment alle einfach so designt sind, dass du alles vorgekauft bekommst. Und das ist jetzt abseits vom Thema, aber da habe ich halt beobachtet, dass solche Spiele wieder zünden können und die Leute auch sehr lange beschäftigen können. Zumindest mal so lange, bis das nächste gute Spiel rauskommt. Und dann bricht das alles auch schon wieder so ein bisschen in sich zusammen. Was das Hauptthema daran ist, und ich möchte jetzt nicht sagen, die sind schuld, aber ich sage mal, mit dem Anfang des digitalen Vertriebs von Videospielen hat das so langsam angefangen. Wenn du jetzt überlegst, du müsstest diesen ganzen Produktionsprozess, gehen wir ganz weit zurück, von Cartridges erstellen, Disketten erstellen, CDs brennen und jetzt, oder halt DVDs, Blu-rays, was auch immer. Wenn diese ganze Prozedur immer noch gängige Praxis wäre, hättest du diesen großen Monsteranteil von Spielen gar nicht. Also wenn du gezwungen wärst, du musst ein physisches Medium erstellen und du kannst nur über ein physisches Medium vertreiben, würden natürlich viele kleinere Indie-Entwickler erst mal lange darauf warten müssen, bis sie einen Publisher finden, der gerade für sie Zeit hat. Oder einen Vertriebspartner zumindest mal. Oder wenn der Publisher halt nur ein Vertriebspartner ist in der Form, um die Cartridges zu vertreiben. Und wenn du natürlich so einen Teil hast und hast jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit, da neuen Content runterzuziehen oder halt auch immer darauf warten musst, bis Spiele halt auch einen gewissen Status haben. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Physische Medien haben ja dann, ich sag mal, wenn du heutzutage ein physisches Medium kaufst, kannst du davon ausgehen, dass da was sehr Altes drauf ist, was mit dem Day-One-Patch dann erst mal auf Vordermann gebracht wird. Man muss immer so sehen, die Vorlaufzeiten von solchen physischen Medien, das sind wirklich Monate. Es ist ja nicht so, dass du sagst so, nächste Woche, hau mal das Ding raus, schick das Ding mal zum Pressen. Das kannst du abhaken. Das ist Monate vorher passiert dieser Prozess. Und früher musste man damit leben. Wenn es einen Bug gegeben hat, musstest du damit leben. Oder es gab eine pfiffige Spielezeitschrift, die ein Patch händig nachgeliefert hat, über die Entwickler, was die ja manchmal gemacht haben. Du hast ja diese berühmte CD gehabt, hast reingelegt, oh ja, für Half-Life gibt es eine Patch 1.1. Das macht eine ganz andere Spielerfahrung. Das ist natürlich Quatsch, war keine ganz andere Spielerfahrung. Aber deswegen hast du viel länger an so einem Spiel gesessen, weil die Masse nicht so reingeströmt ist. Und ich bin mir auch sicher, wenn das heute nicht so wäre mit dem Internetvertrieb, wäre das immer noch so. Da hätten wir trotzdem nicht diese Masse an Spielen. Das ist dieser Hauptpunkt. Und sind wir ehrlich, auch wenn jetzt einige sagen, so ja, Beispiel Konsole und physische Medien, da stehe ich drauf und das hole ich mir trotzdem noch. Ja, ist aber kein Muss. Also man muss halt auch wirklich sagen, du kannst aber auch alles runterladen, theoretisch. Das ist dann wieder so, müsste man halt jetzt mal sich das genauer angucken und schauen, wie viele physische Medien werden überhaupt noch wirklich verkauft. Wenn alles als physisches Medium verkauft werden würde, dann würde ich mal sagen, wäre der Mediamarkt da drüben nur voll mit Unterhaltungssoftware. Weil den ganzen Platz bräuchten sie von dem Laden, um das alles vollzustellen. Und dabei eigentlich, finde ich, ist das so absurd. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo mir das wichtig war, zumindest die Top Games als physischen Release zu Hause zu haben. Um eben was zu haben, was ich mir ins Regal stelle. Das geht mir zum Beispiel immer noch bei Filmen so. Du kannst Filme ja mittlerweile auch digital erwerben. Oh Gott, das ist so. Ja, 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 ja. Es ist, ich finde es auch noch ganz absurd. Ich habe es jetzt ein, zwei Mal gemacht bei Amazon, weil es eben dann aber ein Frührelease war. Also noch bevor das Ding auf Blu-ray raus war, bapapap, Frührelease und dann habe ich mir das Ding sozusagen gekauft und habe mir gedacht, gut, ist jetzt wie eine Kinokarte, dafür kann ich den Film jetzt gucken und ich freue mich da schon lange drauf, will ich gucken. So. Aber da mache ich es zum Beispiel immer noch so, bei Filmen, die ich total gerne mag, so das Evil Dead Franchise zum Beispiel oder auch. Also Evil Dead, Evil Dead 2 und Tanz der Teufel meinst du, ne? Ach. Ja, ja, die sind auch, das sind Meisterwerke. Ja, ja. Die ganzen Sam Raimi-Filme, was mit Tanz der Teufel sind Meisterwerke. Habe ich alles hier auf Blu-ray, aber auch die, die neuen Dinger. So. Habe ich gar nicht verstanden, was? Ich habe aber auch zum Beispiel das komplette Conjuring-Universum auf, auf Blu-ray. Auch, obwohl da der eine oder andere Flop dabei war. sagen wir mal so, also die Annabelle-Filme waren nicht gut, die, eigentlich waren nur die Conjuring-Filme gut, aber trotzdem habe ich alles aus dem Universum auf Blu-ray, weil es mir wichtig war, das im Regal stehen zu haben. Ja, aber hast du, hast du als PC-Spieler heute überhaupt noch großartig die Chance? Ich meine, es gibt ganz wenige, die das noch machen und dann, was, was da super Abturner ist, ist ja, die könnten ja wenigstens eine leere DVD reinlegen. Da hätte ich ja kein Problem mit, aber da ist ja gar keine DVD. Ja, da ist nur noch ein Code drin. Und pass auf, das ist es ja jetzt so. Es gab eine Zeit, das ist auch noch gar nicht so lange her, ich meine, irgendwann ganz, ganz früher, als Steam aufkam, da haben wir ja alle noch gesagt, so ein Scheiß und da habe ich ja nichts, was ich in der Hand halte. Das war ja ganz schnell vorbei und man hat sich drauf eingelassen. aber bis noch nicht vor allzu langer Zeit war es mir immer noch wichtig, so Releases, auf die ich mich wirklich gefreut habe, Elden Ring zum Beispiel, habe ich mir nicht gekauft, aber so als ein Beispiel, hätte ich mir vor ein paar Jahren definitiv noch als physisches Ding gekauft. Selbst wenn da nur ein Code drin gewesen wäre, einfach nur, damit die Packung im Regal steht. Aber selbst das ist mittlerweile verflogen, weil es einfach ja viel einfacher ist, sich online das Ding zu kaufen, weil es das Ding wird released oder vielleicht sogar noch im Presale. Du drückst einfach nur einen Knopf, hast das direkt auf dem Rechner. Switch auch, bestes Beispiel. Ich habe mir ein paar physische Sachen gekauft, weil sie im Angebot waren. Aber ansonsten, das ist ja immer wieder so, es ist ein langweiliger Nachmittag, ich liege auf der Couch, habe wieder dieses Ding, so ich spiele alle Spiele gerade nur fünf Minuten, alles langweilig. Guck mal eben in den Shop. ein Klick später hast du das Ding auf der Switch und kannst spielen. Das nächste Spiel war es und du noch fünf Minuten spielst. Und genau, wenn überhaupt, wenn überhaupt. So, weil es eben so einfach ist und so geht es glaube ich vielen Leuten und du musst ja mittlerweile als Publisher wirklich schon rumtricksen, damit diese Medien haptisch noch gekauft werden. Man sieht das auch, finde ich, in der Musikbranche ganz schön. Also, ich habe seit Jahren einen Spotify-Account und höre da meine Musik. Easy. Hätte ich mir vor 20 Jahren nicht vorstellen können. Da musste ich diese Platten irgendwie im Regal haben. Und was macht die Musikbranche mittlerweile? Ähnlich wie die Gaming-Branche. Künstler bringen eben, wie nennt sich das, nicht Special Editions, sondern, ja, doch, nennen wir es Special Editions von ihren Platten raus. Weißt du, wo denn noch ein T-Shirt drin ist oder weiß der Geier was? So wie wir das auch vom Video spielen kennen mit den Special Editions. Und ich glaube, das ist tatsächlich der einzige Weg, dass man noch mehrere Leute irgendwie an Bord kriegt, die sich ein Spiel physisch kaufen. Wenn man eben sagt, so hier, guck mal, wir haben da aber auch noch eine Day-One-Edition, da ist am besten was digitaler Inhalt drin und vielleicht noch ein Poster. Und dann haben wir aber auch noch eine physische Deluxe-Edition. Da ist dann noch ein Steelbook drin, ein Artbook und dies und das. Und dann haben wir aber noch die Collectors-Edition, da ist noch eine geile Figur drin. Ja, oder, ich werde wieder gehasst, ich weiß, ich werde wieder komplett gehasst, weil ich jetzt Blizzard-Basher. Oder man bringt einfach Collectors-Editions raus, wo einfach gar kein Spiel drin ist. Ja, das finde ich allerdings auch, das finde ich den Hammer. Das fand ich irgendwie seltsam. Das, ja, finde ich total den Hammer. Ist okay, ich meine, das sind Fanpacks, kann man sagen, okay, du kaufst dir so ein Fanpack, so wie wenn du irgendwie mal ein Shirt kaufst oder so, habe ich absolut kein Problem mit. Nur, es ist gerade sehr verstörend und wiederum aber auch, da sieht man, wie weit jetzt halt auch die Publisher oder Spielentwickler gehen zu sagen, die Leute kaufen einfach keine Box mehr. Wir können dieses ganze physische Mediums-Gedönse eigentlich weglassen. Die Leute kaufen die Collectors-Edition wegen dem Stuff und nicht wegen dem Spiel, weil wir das ja eh nicht ausliefern, sondern ein Code, außer du hast eine Konsolen-Version, was halt noch so, da hast du wenigstens noch eine Disc dazu bekommen, aber bei den PC-Versionen ist es einfach Nonsens. Und dann sage ich mir lieber, bevor ihr mir eine leere Hülle da reinlegt, dann legt lieber gar nichts dazu oder irgendein anderen Stuff und nennt das Ding Fanpack und fertig. Ja, also ich finde die... Oder Merchpack oder was, Collectors-Edition kann man es auch noch haben oder Collectors-Pack, was halt entkoppelt ist vom eigentlichen Spiel und sagen, okay, hier, go for it. Ich finde es auch absolut daneben, die Namensgebung für dieses Ding. Collectors-Edition verbinde ich mit was anderem. Also ich finde auch, wie du gerade gesagt hast, so Fanpack oder sowas. Ja, weil man kennt es halt so. Also Collectors-Edition, es ist seit Anno Dubac ist es so, Collectors-Edition bedeutet, das ist das Spiel mit viel geilem Stuff dabei. Ja, genau. Aber du assoziierst ja nicht, aber du assoziierst ja nicht Collectors-Edition mit, da ist kein Spiel dabei, nur geiler Stuff. Du hast immer dieses Spiel und geiler Stuff. Das ist halt so dieser Name. Völlig absurd. Aber ich befürchte, das ist die Richtung, in die wir uns bewegen. Eben aus den Gründen, die ich eben genannt habe. Habe ich auch kein Problem mit. Ne, habe ich auch nicht, aber da muss man es tatsächlich anders benennen. Weil, wenn ich, ich habe, also, ich sage mal so, zu Diablo 3, ähm, habe ich zu dem Hauptspiel und zum Add-on Reaper of Souls, habe ich mir die Collectors-Editions damals geholt. Die stehen hier rum, ähm, sind unglaublich geil, weil Blizzard liefert, oder hat damals zumindest, ähm, was Collectors-Editions angeht, wirklich, finde ich, immer abgeliefert. Also, da drin sind die besten Artbooks, die ich jemals in einer Collectors-Edition gehabt habe. Wirklich dicke Schinken, ähm, Hardcover-gebunden, supertonne Teile. Richtig cool. Dennoch irgendwie viel nicer Stuff dabei, so, in dem Hauptding, äh, dieser Cop mit dem, mit dem, ähm, USB-Stick. Gut, beim Add-on war es so eine sehr schäbige Mausmatte. Aber egal. Hübsche Teile. So. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damals dafür bezahlt habe. Ich würde sagen, 150 Euro habe ich für die beiden Dinger bezahlt. Äh, also für jedes Stück. Und ich wollte mir eigentlich auch zu Diablo 4 diese Collectors-Edition holen, ähm, weil, gut, war jetzt nicht so supergeil, diese Kerzenständer oder was das da ist, aber der Vollständigkeit halber wollte ich's haben. Als ich dann aber gesehen habe, in den Dingern ist nicht mal ein Spiel drin, das kann ich überhaupt nicht begreifen. Weißt du, äh, ich weiß gar nicht, wie die, äh, listenpreismäßig unterwegs sind. Ich glaube, die haben sogar 250 gekostet. Ja, die waren verhältnismäßig teuer, Ich guck mal eben gerade, ähm, ja gut, nee, nee, günstiger. Also, du kriegst die im Blizzard-Shop für mittlerweile, äh, 96 Dollar, 66, also ungefähr 100, 100 Euro. Aber, da hab ich mir gedacht, weißt du, da drinne ist, ich guck grad mal, was haben sie drinne, Kerze der Schöpfung, also diese Kerze ist da drinne, wieder so ein olles Mauspad, braucht kein Mensch, Stoffkarte von Sanctuario, nice, Sammelpin der Horatrim, als Fan auch immer geil, Kunstband, Diablo 4 Collectors Edition, ich verwette mein rechtes Ei darauf, dass das richtig fett ist, und zwei mattierte Kunstdrucke, für den Fan auch schön, so. Ähm, also ne, ne coole Box, ne, ich würd sagen, vom Inhalt und von der Qualität her, wie die Diablo 3 Boxen. Warum, zur Hölle, hätt man da nicht einfach sagen können, komm, wir machen das Spiel, von mir aus 75 Euro, oder diese Box, 75 Euro teurer. Also, 175 Euro. Packen dafür aber, das Game rein, und packen vielleicht sogar noch, ein exklusives Ingame Item, ähm, für das Spiel rein. Es muss ja nicht mal die Ultimate Edition, oder so sein, aber einfach, äh, ein exklusives Item. Damals zum Beispiel, beim Hauptspiel von Diablo 3, hast du solche, da konntest du ja noch Flügel anlegen, als optisches Gear, ähm, da hast du diese, diese Flügel von Andariel, glaube ich, bekommen, und im Add-on hast du ein Pad bekommen. So. Und die, die Dinger, diese beiden Sachen, hast du jedenfalls, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile so auch zu kriegen gibt, aber die gab es damals nur in diesen Editions. und da war auch keine, Ultimate gab es sowieso nicht, oder sonst was Edition mit dabei, aber du hattest eben diesen Mehrwert, dass du auch im Spiel zeigen konntest, so, hey, ich hab mir die Collectors Edition gekauft. Und, dass die es jetzt nicht mal hinbekommen, den Scheiß-Code für das Spiel da reinzupacken, ähm, finde ich eine ganz bedenkliche Entwicklung. Äh, ich glaube, die haben das ja irgendwie versucht, mal zu argumentieren, aber, äh, ja, wie gesagt, ich finde es per se nicht unbedingt schlecht, die sind jetzt nicht so teuer, du sparst dir den Preis dazu, wenn du es eh dort dann holst, dann packst du das Spiel halt noch als Einzelposten mit dazu, und dann kriegst du trotzdem ein Gesamtpaket geschickt. Ist ja, ist ja auch irgendwie möglich. Aber, äh, trotzdem, auch wenn es coole Collectors Editions gibt, um nochmal jetzt zurück aufs Thema zu kommen. Ja, wir sind schlapp gedriftet. Es ist aber egal, das ist aber ganz cool, trotzdem. Aber selbst diese coolen Collectors Edition, diese teuren Editions, wo die Fans sagen, hier, das hab ich jetzt da, und man kennt ja auch so oft die Aussage, so, übrigens, das Spiel kommt jetzt raus, ich bin dann erst mal weg. Hm. Ja, gut, äh, have fun. Vier Tage später so, äh, ja, ich bin wieder da. Also, es war jetzt ja nicht so lange, wo du weg warst, ne? Also, äh, selbst diese, diese große, Collectors Editions halten die Leute trotzdem nicht unbedingt am Spiel, äh, und wenn man sich so denkt, wenn ich mir überlege, ne? Wenn ich mir früher für 200 Mark ein Spiel gekauft hätte, ne? Dann hätte ich das aber, da hätte ich den letzten, ich hätte es noch, ich hätte es zweimal durch die Saftpresse durchgedrückt, ne? Bevor ich da mir was anderes hole. Ja? ähm, und jetzt ist es, wie, wie gesagt, sehr inflationär und dann wird die nächste Collectors Edition geholt und dann wird das nochmal angezockt und gemacht, getan. Und es, es müssen ja nicht mal Collectors Editions sein, es muss nur Ja, selbst das hält einem ja nicht am Spiel, weil selbst, wenn du eine große Collectors Edition holst, wo du denkst, oh, guck mal, das macht jemand, der, der, der sucht da wahrscheinlich rein, der liebt dieses, der liebt das, ne? und, äh, und selbst, äh, und selbst, äh, selbst die, die das lieben, nicht jeder, aber ich sag mal, es ist doch schon über die Hälfte der Leute, sind aber trotzdem nach einer gewissen Zeit, wo sie dann sagen, ach, ich brauch trotzdem mal, mal kurz, soll ich nicht nochmal ganz kurz, mal so, so ganz kurz nochmal in World of Warcraft reingucken, mal gucken, ach, guck mal, hier gibt's ja auch ein neues Update, da müsste man eigentlich auch mal reinschauen und, ah, guck mal, da ist der neue Season Pass gekommen, dann ist wieder das Thema, was wir ja das letzte Mal hatten, dann, dann kickt der FOMO rein wieder und dann, äh, ich denke, das spielt auch eine große Rolle damit dazu, deswegen sag ich halt, gerade dieses, dieses Thema, was wir jetzt als Hauptthema haben, ist in vielen kleinen Facetten immer wieder vertreten und wird immer wieder durch verschiedene andere Faktoren ausgelöst, sei es jetzt FOMO, sei es jetzt sonst irgendwas und dann wechselst du das Spiel direkt wieder rüber und dann suchtest du dich da wieder ein paar Tage fest oder vielleicht auch noch ein paar Wochen und dann kickt schon das nächste Ding rein und dann denkst du, ah, warte mal, Scheiße, Diablo 4, ah, Kacke, da wollte ich eigentlich, ich bin da immer noch 20, jetzt fängt auch noch, und dann kommt wieder FOMO, die Season fängt bald an, um Gottes Willen, was muss ich denn machen, Schlecki hat doch hoffentlich ein Video dazu gemacht, was ich jetzt noch vor der Season alles machen muss, hat er auch, müsst ihr mal reingucken, ne, und dann, und das ist, das ist dann auch wieder so, wo es dann miteinander, aber es ist doch, ich finde es so seltsam, weißt du, weil, wenn ich mir das mal angucke, Nehmen wir Diablo 4, ich finde das ein super Beispiel, man sieht jetzt gerade, ich weiß auch nicht, das hatten wir ja auch schon mal das Thema, ob das vielleicht auch was mit den Erwartungen zu tun hat, oder sonst irgendwas, wenn ich jetzt aber mal die Releases von Diablo 3 und Diablo 4 nehme, die sind auch zehn Jahre auseinander, aber sind beide in einem Zeitraum meines Lebens passiert, in dem ich einigermaßen im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte war, also einmal mit Anfang 30 müsste das gewesen sein und einmal jetzt mit Anfang 40, so. Wenn ich das vergleiche, würde ich sagen, vom Start her, ja, ist Diablo 3 nicht so sauber gestartet wie Diablo 4, weil eins muss man Diablo 4 lassen, blitzsauberen Start hingelegt. Trotzdem habe ich Diablo 3 damals so lange gesuchtet, ja, und habe auch wirklich nicht großartig was nebenbei gespielt, sondern habe mich über Wochen immer gefreut, so, wenn ich Feierabend hatte und jetzt erst mal schön wieder einen Abend an Diablo 3 setzen. Das habe ich bei Diablo 4 nicht mehr. So, ja, kann auch am Alter liegen, ne, weiß ich nicht. Aber obwohl der Release sauberer war, also weniger Probleme, technisch einwandfrei und so weiter und so fort, merke ich mittlerweile, dass sich Diablo 4 abnutzt. Und ich sage mal so, bei Diablo 3 damals war zu Release das Endgame auch noch nicht perfekt gewesen. Das ist bei Diablo 4 jetzt auch nicht. Aber ich, ich merke gerade, ich habe das Ding jetzt durchgespielt, ich habe den Final Dungeon, habe ich geschafft, ich habe jetzt auch so ein bisschen Endgame gegrindet und so, aber ich merke echt, dass die Luft langsam raus ist. Und, äh, ich freue mich momentan immer, wenn ich dann was anderes spiele. So wie heute habe ich, äh, Jack the Lions 3. Ja. Durfte ich, habe ich ein Video rausgehauen, durfte ich vorab spielen, ähm, hat mir super viel Spaß gemacht. So, wahrscheinlich auch nur für die nächsten zehn Minuten, ihr kennt das. Ähm, so, aber egal. Ne, hat mega viel Spaß gemacht und ich merke, Diablo 4 wird langsam schon wieder zu Arbeit. Also ich switche schon wieder lieber auf andere Games, als, äh, Diablo 4 weiter zu spielen. Und, das geht ja nicht nur mir so. Ich habe vor ein paar Tagen, gestern, vorgestern, ich kann mal eben kurz reingucken, habe ich eine Umfrage gemacht auf YouTube. Ja. Und zwar, ähm, seid ihr immer noch im Diablo 4 Hype oder ist das Thema schon wieder durch? Als Antwortmöglichkeiten gab's Hype, spiele täglich, flacht langsam ab, spiele es nur noch gelegentlich und Thema ist durch, mittlerweile langweilig. Gibt da natürlich auch immer Leute, die einfach aus Spaß das Schlechteste drücken oder so, egal. Wir haben 720 Stimmen. 33 Prozent sagen Hype, spiele täglich. 28 Prozent sagen schon, Thema ist durch, mittlerweile langweilig. Und, gewonnen hat's sozusagen, die Mitte mit 39 Prozent, flacht langsam ab, spiele nur noch gelegentlich. Also, Hättest du das vor zwei Wochen gemacht, äh, hättest du wahrscheinlich 80 Prozent Hype gehabt. Ja, ja, definitiv. Und, äh, da haben wir, haben wir halt wieder das Ding, wenn wir die Vorgänger nehmen, also, an Diablo 1 kann ich mich nur noch vage erinnern, aber Diablo 2 und Diablo 3 hab ich so durchgesuchtet und halt selbst den dritten Teil, der noch nicht so lange her ist, wo es auch schon Steam und auch Summer Sales und so weiter und so fort gab. Ähm, und irgendwie find ich, merkt man da dran, dass nicht mal mehr dicke Triple-A-Titel auf lange Zeit ziehen. Ich find zum Beispiel, ein Elden Ring hat da wesentlich länger gezogen, auch nicht so Ewigkeiten lang, aber Elden Ring war schon bestimmt zwei Monate ein richtig dicker Hype gewesen. Und auch so, dass das letzte Spiel, ähm, wo ich mich jetzt so dran erinnere, wo, glaub ich, viele Leute viel Zeit reingesteckt haben. Mhm. Ich, ähm, ich hab für mich was festgestellt, weil du gerade sagst, die ganzen großen Titel und so. Mhm. In zwei Tagen, am 15.7. ist das Spiel Undorn seit genau vier Wochen draußen. Mhm. Ich spiele seit vier Wochen nichts anderes. Absolut nichts anderes. Ich habe das am 15. zu Release gedacht, guckst du mal rein, hast du mal so ein bisschen eine Randnotiz von genommen und bin übelst drauf hängen geblieben. Da hab ich für mich auf einmal festgestellt, du hättest vielleicht vorher deinen Horizont, A, vielleicht mal ein bisschen weitern können in einer gewissen Weise und gerade dieser Run auf die Triple-A-Titel, die teilweise super ähnlich sind in Finding, äh, haben mich einfach auch nicht mehr befriedigt. Das war bis bis dahin auch so, spiele ich heute mal das, spiele ich morgen das, spiele ich übermorgen das oder vielleicht sogar zwei, drei verschiedene Titel an einem Tag. ne? Und das hat mich irgendwie wieder eingeholt und hat mich jetzt, äh, hat mich jetzt gepackt. Und, ähm, da hab ich dann für mich festgestellt, man, man muss einfach mal gucken, in welche Richtung, ähm, man vielleicht auch mal so seinen Horizont erweitert, weil es kommt so viel raus, wie ich ja eben schon gesagt habe, dass man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat und, äh, vielleicht mal einfach so für sich ausprobieren sollte, ne? Und auch nicht unbedingt, äh, in die Richtung, ähm, per se ablehnend sein sollte. Ich war immer so ein bisschen distanziert, wo ich gesagt habe, ja, Mobile Transfers können problematisch sein, weiß ich nicht, kann ich das als vollwertiges, äh, Videospiel sehen? Da hat sich auch viel, da ist mittlerweile sehr viel, äh, passiert, aber trotzdem, äh, bin ich froh, mich mal dafür geöffnet zu haben und hab auch gemerkt, so Sachen, die jetzt, äh, ich hab mich auch auf Jack the Lines 3, hab ich mich gefreut, lass mich im Moment voll kalt, äh, auch andere Sachen, die im Moment so angekündigt sind und so kommen, äh, muss ich einfach sagen, ja, dann kommt halt Assassin's Creed, ne Arsch, ich weiß auch, spiele, natürlich werde ich es spielen, bin ich gehypt drauf? Nö, nicht wirklich, ne, ähm, kommen vielleicht andere, kleinere, coole Sachen raus? Ja, vielleicht, bleibe ich dran hängen? Vielleicht, ne, äh, ich sag nicht, dass per se auch, äh, Indie-Entwickler immer das Potenzial dazu haben, dich an ein Spiel zu binden, ne, kann ich so halt auch nicht bestätigen, ich hab so viele Indie-Titel, die ich cool finde, wo ich viel davon überhaupt nicht durchgespielt habe oder halt auch mal einen Tag dran gespielt und dann, ja, auch wieder die Aufmerksamkeitsspanne verloren. Das liegt aber auch daran, dass auch, ähm, es irgendwie trotzdem immer so der gleiche Trott ist, gefühlt, äh, Spieler haben immer wieder diese, diesen, diesen, diesen gleichen Trott, den sie durchgehen. Es wird, es wird irgendwo ein Hype generiert von irgendetwas und dann wird es versucht zu kopieren, manchmal schlecht als recht oder neu zu interpretieren, anders zu machen, äh, oder, oder sie sagen, warte mal, ich hab da noch was im Keller, ne, und dann wird da wieder das nächste Reboot, Remake, Remaster rausgezogen, wo ich mir sage, bleib mir doch mit dem Zeug weg. Ich meine, das ist nett für die Leute, die das jetzt vielleicht damals, diese Spiele nicht erleben konnten, aber das wie den Heiligen Gral anzupreisen, muss ich halt einfach immer sagen, äh, ist nicht so toll, ne, funktioniert nicht. Prince of Persia, Sense of Time, ne, ja, wir machen da einen Remaster von, braucht kein Mensch, jetzt haben sie hier das neue Prince of Persia, das Reboot oder, oder einfach einen neuen Teil, den es jetzt gemacht haben, sage ich, ja, bitte, bitte her damit, mehr davon, das ist cool, so muss das funktionieren und nicht einfach auch mal wieder, mal wieder was riskieren, zu sagen, ne, wir machen jetzt nicht den x-ten Third-Person, Open-World, ich laufe über die Karte Prinzip, nein, wir gehen klassisch, wir machen einen Sidescroll-Plattformer, voll auf die Fresse, Prince of Persia Spiel, so wie früher, aber nicht gerebootet, sondern neu, mit neuer Geschichte, mit neuen Charakteren und mit ein paar neuen, coolen Kniffen, bin ich dabei. Das ist ja was, was ich auch gerade abfeiere, habe ich ja auch ein Video gemacht, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da habe ich lange dran gesessen und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier die Rückkehr der Yubi-Ritter, der Yubi-Ritter, das nach den Jahren, in denen Ubisoft so richtig verkackt hat, die irgendwie gerade ein bisschen die Kurve kriegen und sich auf alte Stärken besinnen und da habe ich nämlich Prince of Persia zum Beispiel auch als positives Beispiel genannt, weil man hätte es sich so einfach machen können und aus dem Prinzen einfach, weißt du, das nächste generische Open-World-Spiel aus der Third-Person konzipiert als Service-Game machen können, im Stile von Assassin's Creed, das hätten auch wieder viele, viele Leute gekauft und selbst wenn es nur ein mittelmäßiges Game gewesen wäre, hätte das Absatz gemacht. Wahrscheinlich mehr als jetzt der Sidescroller. Aber mit dem Sidescroller erreichst du dann, glaube ich, wieder Leute und schaffst es vielleicht tatsächlich auch. Also, mich spricht es total an. Mich auch, absolut. Also gerne, von mir aus, können die da sogar so ein halbes Metroidvania draus machen, auch wenn Metroidvanias auch ausgeschlachtet werden ohne Ende. Ja, ja. Aber das ist halt so der Prinz, wie er damals war und das ist halt wieder, obwohl es ein altes Prinzip ist, ist das so erfrischend, dass die das gerade machen und daraus so ein 2,5-D-Titel machen, dass ich mir denke, so alter, supergeil. Und das könnte eben auch wieder ein Ding sein, dass ich, um es mal auf Denglisch zu sagen, dass ich wieder voll appreciatee, ja, und das dann auch länger von mir gespielt wird. Genau dasselbe mit Assassin's Creed, ja. Als die Ankündigung kam, habe ich gedacht, jetzt sind die komplett wahnsinnig geworden. Der komplette Assassin's Creed Overkill, so, ja, ich weiß, das ist eure Vorzeigemarke, aber seid ihr deppert. Aber eigentlich ist das ein smarter Move, weil die bringen ein Assassin's Creed raus, das eben so ist, wie die neueren Teile, ne, dieses RPG-Ding. Ich glaube, das ist das in Japan oder so oder Hekze oder keine Ahnung. Red meinst du, das ist in Japan, ja. Ja, ne, und das soll ja auch wieder so dieses Open-World-RPG-Ding sein. Genau, die nennen es gerne den Flagship-Title, ja. Genau, genau. Ist ja auch okay, ne, können sie raushauen, weil wird sich verkaufen und hat eine Riesen-Fangemeinde. Aber, dass die doch denn die Eier hatten und Mirage gemacht haben, also ein Titel im alten Stil, sogar mit einem ähnlichen Setting wie die alten Teile, was sich, glaube ich, auch viele Leute wieder gewünscht haben, war auch so ein Ding. Also Assassin's Creed hat mich eigentlich verloren, total. Aber bei Mirage, muss ich sagen, bin ich echt am überlegen, ob ich mir das mal wieder gebe. Ja, weil, äh, das eben was ist, was wir in der Form lange nicht, lange nicht hatten. Und dann auch die beiden dicken Franchise-Titel, die da in Zukunft kommen, also Avatar und Star Wars, ähm, also Star Wars bin ich, bin ich sowieso gehypt drauf. Ja. Ähm, ne, freue ich mich drauf. Aber auch die beiden Titel kommen mir so vor, als ob sie eben nicht Stangenware werden, weil ... Boah, bei Avatar bin ich mir dann noch nicht so sicher. Ich, ich weiß es nicht. Also was mich bei Avatar eben ... Ich habe in Avatar so viel Far Cry, äh, gesehen, drinnen in ... Ja, aber dass sie es ... Alleine schon, dass sie es als Ego-Titel machen, also aus der Ego-Perspektive, finde ich einen interessanten Aspekt. Hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte bei den ersten Ankündigungen eher darauf gewettet, das wird ein Third-Person-Ding. Und wenn man eben ... Man kann ja auch ein bisschen Far Cry reinfließen lassen, wenn man am Ende was Eigenes daraus macht. Weißt du, wenn man vielleicht so Far Cry und zu Avatar würde ja vielleicht noch so was Parkouriges wie Mirror's Edge oder so passen. Weißt du? Mhm. So, und, ähm, also ich, ich könnte mir vorstellen, das könnte funktionieren. Aber bei Avatar, ich bin mir da nicht 100 Prozent sicher, aber es könnte funktionieren, auch weil es auf den ersten Blick vom Konzept her nicht so aussieht, als ob es sich dem, ähm, Service-Game-Markt anbiedern könnte, weil es ja eigentlich nur Singleplayer und Coop ist. Und bei Star Wars, finde ich, geht man ... Hatte Far Cry aber auch. Ja, ne? Trotzdem ein Service-Spiel rausgemacht. Ah, ja. Also, die Singleplayer-Spiele sind davon auch nicht mehr befreit, ne? Klammern wir Avatar aus. Aber ich, ich bin mal vorsichtig zuversichtlich. Ähm, ich finde, bei Star Wars macht man aber sehr viel richtig. Also alleine, dass man eben nicht im Bademantel mit einer Taschenlampe in der Hand, also als Jedi unterwegs ist, ähm, sondern als Gauner passt einfach total gut zu diesem Open-World-Konzept. Ja? Weil so sinngemäß, warum sollte ich als Jedi durch die Gegend fliegen von A nach B? Ja, kann man bestimmt auch erklären. Ich finde es trotzdem, ich finde es smart, dass man keinen Jedi genommen hat. Und dass dieses typische Videospiel-Thema Jedi-Ritter nicht zum tausendsten Mal wiederkeut, sondern eben eine Gaunerin spielt. Und, ähm ... Was ich in dem Fall lustig finde, ist, äh, mich hat das, äh, wo ich mir das so angeguckt habe, dachte ich mir, ja, Disney, damals fandet ihr Star Wars 1313, äh, muss man einstellen, das ist vielleicht nicht so der Knaller. Jetzt ist ein ähnliches Spiel gut. Ich möchte nicht sagen, dass Star Wars 1313 so gekommen wäre, wie jetzt hier, ähm, aber man muss sich mal die alte Präsentation von Star Wars 1313 angucken. Klar, du hast einen Kopfgeldjäger gespielt, hier spielst du halt eine Schmugglerin, Gaunerin, äh, ist ja vollkommen egal. Aber ich hab mich so darüber gefreut, als ich das gesehen habe, weil ich mir gesagt hab, genau, das ist das, was auch dieses ganze Star Wars Franchise mal wieder ein bisschen frischer macht. Das ist genau das, was damals auch, da können Leute denken drüber, was sie wollen. Ich fand die Idee damals super gut mit Star Wars, äh, Squadrons. Ich fand, ich hab das gern gespielt gehabt. Ich flieg heute noch ab und an gern mal meine Runden da durch. Fand ich eine super coole Sache, mal auch wieder in andere Perspektiven sich, äh, zu orientieren. und nicht unbedingt, ähm, die Alltagskost zu machen. Und selbst die bekommt man ja, ne, es wird ja, es wird ja, Nights of the Old Republic wird ja wahrscheinlich geremastert oder auch nicht, ich weiß es, oder geremaked. Es wird ja gemunkelt und dann wieder nicht gemunkelt. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr so ganz sicher, aber ist ja okay, ne. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und das ist, Star Wars verbindet man halt viel damit. Aber ich find's schön, dass Massive einen Weg gefunden hat, das auch über eine, eine andere Möglichkeit zu geben. Und da muss ich sagen, auf das Spiel hab ich richtig viel Lust. Avatar, wenn sie jetzt sagen, würden wir verschieben das auf 2025, würde ich sagen, ja gut, dann mach das halt, ne, wurscht, da spielst du da, wo es so lange, muss ich jetzt wirklich sagen. Und da kommen wir wieder zum Thema dazu. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich auch sage, wenn's heißt hier, ja, Skull & Bones jetzt auf Un, wir wissen noch nicht, was wir daraus machen, denk ich mir, ja gut, dann ist es so. Ich hab genug andere Spiele, die ich spielen kann, ne, und ja, das muss ich mitgeben. Weißt du, warum Disney Outlaws abgenickt hat und bei 1330 Nö gesagt hat? Äh, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, warum sie 1330 überhaupt abgenickt haben. Ich weiß auch nicht, warum sie es nicht abgenickt haben. Aber Outlaws hat einen knuffigen kleinen Begleiter, den man super als Merchandise verkaufen kann. Ja, das ist ja nix. Deshalb, das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ja nix. Wie, das ist ja nix. Das ist, das ist ja wohl, also ich warte heute schon auf die erste Funko-Pop davon. Das ist nix. Du, jedes, Nee, du verstehst grad nicht. Dieses kleine Tier heißt nix. Das ist ein Wortspiel gewesen gerade. Oh mein Gott. Oh ja, ja, okay. Okay. I'm old. Wie, das ist nix. Das ist, das ist, das ist nicht nix. Das ist nicht nix. Das ist nix. Das ist nix. Nein, nein. Ich wollte jetzt grad hier ein riesen Pamphlet halten von wegen, guck dir mal, guck dir mal hier die Survivor an, den BD1. Ja, das ist ja, der ist ja wohl super süß. Mal so ganz, ganz by the way, den hab ich übrigens als, als Lego zum Zusammenbauteil zum Geburtstag bekommen. Der steht jetzt neben mir auf meinem Schreibtisch. So viel zum Merchandise, ja. Bin ich voll bei dir. Ich war auch absolut in Love mit dem kleinen nix. Und deswegen, also ich, ich, ich freue mich darauf. Also bin da, bin da voll und ganz dabei. Und klar haben sie da ein bisschen bei Jedi Survivor abgeguckt. Aber das ist, das passt schon alles. Ja, das ist cool. Und hast du nicht auch ein bisschen. Ein bisschen. Ich hab das da drin entdeckt. Also ich muss jetzt sagen, ich hab darin einfach die erste Szene, sie kommt da rein, meuchelt den Typ weg und dann geht die in die Hocke und, 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 und. Ja, warte. Sneak dahin. Warte. Ja. Ähm, ich hab auch, also du meinst das Gameplay, ne? Ja, natürlich das Gameplay. Ähm, ich hab, also ich, ich war so zwischen zwei Titeln am Switchen, wo ich gedacht hab, ah, das kommt mir bekannt vor und es ist ja massive. Ähm, ich musste bei der Schießerei ein bisschen an Division denken und bei dem Sneaken musste ich an Sam Fisher denken. Ja, ich hab eher an, 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 Schickern gedacht. Ähm. Ja, stimmt, das ist ja eigentlich die Mischung aus beiden. Richtig, genau. ja. Genau, oder halt, was man schon jetzt beim Heartland, äh, äh, Gameplay gesehen hat, da kannst du jetzt auch ja gehockt laufen, muss ich sofort dran denken, ne? Und das ist, das ist, das ist super cool. Ähm, ähm, dann dachte ich mir, oh, wird das mal neues Sneaky-Sneaky-Spiel? Wird es das vielleicht? Hab ich Lust drauf? Auf jeden Fall. Also muss ich sagen. Ich, ich war ziemlich in Love mit dem Ding und, äh, schön. Ist bestimmt ein schöner Titel. Aber sag mal, jetzt, jetzt zum Schluss, so, unser, unser Fazit. Ja, wir sind ja jetzt wieder mega, mega, mega abgeswiffelt sind wir immer wieder. Ähm, also zum einen, ich, ich muss sagen, ich verspüre ja nur noch selten einen wirklichen Hype auf dem Spiel. Vielleicht, das kommt noch erschwerend hinzu. Kommt das noch erschwerend hinzu. Aber dieses Star Wars Outlaws, da hab ich echt richtig Bock drauf. Also da freu ich mich total drauf und ich würd mich so freuen, ich mein, Ubisoft ist ja bekannt dafür, dass die, wann war das immer? März oder Mai? März, glaub ich, releasen. Wenn die das Ding, äh, März 24, woran ich nicht glaube, aber raushauen würden. Ich würde es begrüßen, wenn wir es in sechs Wochen vielleicht mal anzocken dürften. Fände ich auch sexy auf der Gamescom, wenn man da mal reingucken dürfte. Wäre ganz cool. Und wenn es ein Hund der verschlossenen Türen im B2B-Bereich ist, wäre mir vorkommen egal. Aber wäre cool, wenn man mal reingucken könnte. Ja, dann, wir würden das auch, auch das würden wir sehr appreciaten und das hier auch sehr feiern. Also, das ist ein Ding, auf das ich mich sehr, sehr freue. Was in letzter Zeit nicht mehr, nicht mehr viel vorkommt. Aber, ähm, woran liegt es denn nun? Also, auch wenn wir abgeswiffelt sind, warum kann man Spiele heute nicht mehr, ich sag mal so, wertschätzen? Und jetzt, ne, ich weiß schon, was jetzt im Kommentarbereich bei YouTube los wäre. Ja, weil Spiele ja nur noch unfertig auf dem Markt kommen, quack, 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 das mal alles außen vor. Ja, also daran liegt es definitiv nicht. Nee. Ähm, bei mir jedenfalls, dass ich Spiele nach kurzer Zeit dann doch wieder in die Ecke leg und alle fünf Minuten irgendwie ein Spielwechsel. Vielleicht habe ich auch ADHS, ich weiß es nicht. Aber das ist nicht der Grund. Nee, das wäre auch, das wäre auch nicht der Grund aus dem einfachen Prinzip, weil wenn es ja der Grund wäre, hätten wir die, die Wurzeln allen Übels und könnten sie beseitigen. Oder wir wären halt so bescheuert und würden sagen, ich kaufe trotzdem immer und immer wieder das nächste Spiel, vor dem ich mich ablenken lasse. Also das macht, allein diese Aussage macht ja keinen Sinn. Nee, und wir würden dann ja auch bei den Top-Titeln, die fehlerfrei sind, also nehmen wir Diablo 4, würden wir ja dann hängenbleiben und sagen, oh, das ist ja auch bei den Titeln der Frage. ein sauberes Spiel und da bleibe ich hängen. Aber gibt es, also eine allumfassende Antwort auf diese Frage gibt es natürlich nicht. Aber was könnte es sein? Also ich denke, dass da jeder für sich selbst seinen Faktor finden muss. Ich habe ja eben kurz meine Perspektive da gemacht. Es ist halt jetzt mal wieder ein Spiel gekommen, das kam out of nowhere für mich und hat mich direkt, das ist so, das ist, da ist der Hammer gekommen und hat eingeschlagen einfach. Und ich glaube, gerade, weil der Markt so überschwemmt ist und die Triple-A-Leute sich die Klinke in die Hand geben und immer größer und immer mehr darüber ihre Spiele präsentieren, fällt sehr viel hinten runter an Masse, die man übersehen könnte, wo vielleicht genau das dabei wäre. Und was wiederum das Problem an der Sache ist oder sein könnte, warum wir halt schnell wechseln, ist, weil viele Spiele immer noch auf dem Service-Modell hausen, wo es dann darum geht, ich muss irgendwie wechseln, ich muss wieder zurück, weil da wäre es jetzt interessant einfach zu sehen, in welcher Art und Weise spielen Leute und da muss man eben auch wieder differenzieren, wechseln Leute zu alten Titeln zurück aus Gewohnheit oder weil es neuen Content gibt oder wechseln die Leute immer wieder auf neuere Titel und da, denke ich, gibt es ja auch wieder eine Schnittmenge. Es gibt Leute, die probieren was Neues aus, ah nee, ich bleibe lieber bei meinem alten Zeug und gehe dann wieder zurück, aber da bleiben sie dann immer hängen und kommen immer wieder, bis sie wieder nach Hause kommen, ich gehe lieber wieder nach Hause, ich fühle mich gerade draußen unwohl, so auf die Art. Dann gibt es wieder das, wo wir dann wieder beim Thema eins davor wären mit dem FOMO, ich muss alles mitnehmen, deswegen muss ich ständig wechseln und aufgrund der Flut der großen Titel, die da sind und dieser Geschwindigkeit, weil dir läuft ja einfach die Zeit weg, du kannst eigentlich gar nicht mehr alles wirklich durchspielen, weil es teilweise auch so, nimm dir mal jetzt einen Valhalla, du nimmst dir jetzt einen Valhalla und sagst, so ich spiele jetzt nichts anderes außer Valhalla, da bist du aber auch mal so ein paar Monate weg und ich glaube, so eine komplette, also so wirklich diesen Kern, woran es liegt, den können wir glaube ich gar nicht ausmachen, weil es viele Faktoren sind, die da zusammenfließen in einen absolut komischen Cocktail, den wir uns jeden Tag reinwirken und einfach denken so, es schmeckt eigentlich nicht mehr so, aber ich muss es mir trotzdem reinkippen, weil, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, es ist schwierig. Ja, pass auf, pass auf, ich glaube, ich kann auch, um das rund abzuschließen, einen ganz guten Bogen zum Anfang spinnen, also erstmal, eine Sache hast du gerade gesagt, die haben wir völlig außen vor gelassen, die finde ich sehr wichtig, das ist der Unterschied zu damals, ja, es wird ja immer wieder gemeckert, oh, zu wenig Content, zu wenig Content, zu wenig Spielzeit, so, ey, das Problem ist, dass mittlerweile die Spiele eigentlich zu viel Content haben, ja, wenn du, nehmen wir wieder von Anfang Super Mario World, ja, das, ich weiß nicht, was das für eine Gesamtspielzeit hat, aber keine allzu lange, ja, zehn Stunden, keine Ahnung, ja, würde ich jetzt auch aus dem Bauch aus sagen, und dann warst du damit durch, und dann hast du, weil das Spiel Spaß gemacht hat, das vielleicht nochmal reingeworfen und nochmal, heutzutage musst du ja, quasi, ist ein Spiel durchspielen, ein Vollzeitjob, ja, nimm mal, nehmen wir auch da wieder Valhalla, ich weiß nicht, wenn du, ich glaube, wenn du alle Inhalte sehen willst, bist du locker 200 Stunden dabei, ne, und dann hast du vielleicht nebenbei noch irgendwie ein krasses Service Game am Laufen, dass du, äh, halt, Hauptgamer beruflich spielst, wie Division oder sowas, und dann ist deine Zeit weg, man hat ja gar nicht so viel Zeit, das ist die eine Sache, die andere Sache, und das ist jetzt der Bogen zu einer Aussage von dir zum Anfang, wir nehmen wieder den, den Mongolen, bei uns ist der Mongole, wo du hingehst und All You Can Eat hast, oh, da gehen wir zur Gamescom wieder hin, oh, schön, ich freue mich schon, also, ja, der Mongole, ne, ja, du gehst da hin, und gehst mit richtig Hunger hin, ja, du hast richtig Kohldampf, und gehst da rein und denkst dir vorher schon, oh, heute nehme ich alles mit, ich nehme die geilen frittierten, das geile frittierte alles, nehme ich mit, dann will ich noch ein paar Sushis essen, und, äh, ne, dann, auf jeden Fall mache ich mir auch noch eine Pfanne, die soll mir auf jeden Fall auch noch eine Pfanne frisch zubereiten, und geil, und dann gehst du rein, und bist, stehst vor diesem Überangebot an Essen, und mir geht es dann meistens so, ich mache mir dann einen Teller voll mit Sushi, ja, weil ich, ich liebe Sushi, ja, und denk mir, ja, damit startest du jetzt erst mal, ne, und, aber eigentlich willst du auch das und das, ne, ich nehme mir jetzt Sushi, und dann nehme ich dieses Sushi und bin satt, ja, und denk mir danach aber, das ist dieses alle 10 Minuten wechseln, denkst du so, ach, hätte ich heute mal lieber was frittiertes genommen, weißt du, so, hm, aber irgendwie, als ich davor stand, ach komm, denn jetzt wenigstens noch ein Nachtisch, dann gehst du hin, und dann ist da Eis, Wackelpudding, gebackene Banane, alles mögliche, und dann hast du wieder dieses Ding so, oh, ja komm, erst mal ein Eis, das rutscht gut, und nach dem Eis, hörst du dann kurz vorm Kotzen, ja, ähm, und denkst dir, ach, die gebackene Banane wäre auch, naja, nächst mal, und ich finde, das ist so ein bisschen das Prinzip, was heutzutage auch bei den Spielen ist, wir sind halt komplett übersättigt, wenn du in den Steam Sale jetzt mal zum Beispiel reinguckst, dann sind da 10 Titel, die du alle haben möchtest eigentlich, aber meistens reicht schon ein Titel aus, um dich satt zu machen, also um deine ganze Freizeit auszufüllen, und dann holst du dir aber doch drei von diesen Titeln, und um zumindest ein bisschen das Geld wieder rauszufressen, machst du dann die schlaue Variante, in Anführungszeichen, die du beim Mongolen fährst, du nimmst dir sozusagen ein Sushi, ein frittiertes Teil, und noch eine kleine Reispfanne, von allem bisschen, und isst von allem bisschen, merkt es dann aber am Ende, eigentlich hätte ich richtig Bock gehabt, das Sushi aufzuessen, so, das war jetzt eine ziemliche Meta-Ebene, ich hoffe, man konnte mir folgen, aber ich finde, das gründet die Folge schön ab, haben wir jetzt alle Hunger, und wie könnte man euch besser nach Hause schicken, als mit Hunger, auf Hunger, auf den nächsten Games-Schnack-Podcast, in zwei Wochen, meine Freunde, ist, wann ist Gamescom? Sechs Wochen? Ja. Ja, dauert noch ein bisschen, aber dann, einen haben wir noch zwischendrin, da gibt's, dann gibt's Live-Action, sag ich euch, der hat schon gesagt, er will ein bisschen auf der Bühne tanzen, im Hasenkostüm, da freue ich mich sehr drauf. Ich mich auch, ich habe lange dafür geübt. So, in diesem Sinne. Jetzt kommen noch zwei Stück zwischenrein. Was? Zwo? Zwo? So. Dann kann ich nämlich auch noch üben, äh, meine kleine Aktionsnummer im Borat-Kostüm. In diesem Sinne, mit diesen Bildern und Hunger entlassen wir euch ins frei. Bis zum nächsten Mal, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.